Kann ich Kleidung tragen, die unterhalb der Knöchel endet? Wir müssen die unterscheiden zwischen der Frau und dem Mann. Weil man sieht, dass mittlerweile häufig, dass eine Frau vollständig bedeckt ist, aber ihr Gewand über dem Knöchel ist, man ihre Knöchel sieht. Die Frau muss natürlich das alles bedecken. Bei dem Mann, sagen wir, gibt es eine Meinungsverschiedenheit, ob man seine Hose oder sein Gewand sozusagen länger tragen kann als den Knöchel. Und es gibt hier Gelehrte, die das absolut verboten haben. Aber, Wallahu alam, ist das verhasst, solange das nicht mit Hochmut geschieht. Also wenn eine Person eine Hose trägt oder ein Gewand trägt, und das geht über die Knöchel, dann ist das verhasst, aber nicht verboten. Wenn sie es aber mit Hochmut tragen sollte, was in der heutigen Zeit eigentlich nicht gegeben ist, dann in dem Fall ist es verboten und eine große Sünde. Aber ansonsten ist es verhasst und nicht verboten.